Hallo, ich bin die Gudrun Turek Lima und ich möchte heute etwas mit euch teilen, was ich großartig finde, was ich immer großartig finde, aber heute im Speziellen. Ich habe heute eine Mediation abgeschlossen, die über mehrere Sitzungen gedauert hat und die hat sehr turbulent begonnen. Es waren viele Streitthemen, viele Streitpunkte, Emotionen sind hochgegangen, Verletzungen waren da, Vorwürfe, sodass ich mir selber schon gedacht habe, puh, das wird ein hartes Stück Arbeit werden und ich habe jetzt gerade die Abschlussvereinbarung verfasst für die Medianten und ich habe mir dann gedacht, das ist großartig, was ihnen gelungen ist. Sie haben immer wieder es geschafft, aus dieser Streitspirale herauszusteigen, konstruktiv miteinander zu reden und auf einer konstruktiven Basis Lösungen zu finden. Vor allem, wenn dann die Medianten sagen, das war ein harter Weg, war nicht einfach, aber es hat sich gelohnt, dann bestätigt mich das, dass Mediation einfach ein tolles Verfahren ist und ich denke mir, ja, ich liebe meinen Beruf.